herzlichen willkommen hier bei business gadgets.net mein name ist Tillmann und wieder mal habe ich euch ein produkt für usbc geräte mitgebracht das ganze kommt von ivso da habe ich euch ja schon dieses produkt hier gezeigt das ganze ist jetzt ein usbc adapter wo ihr drei usb drei anschlüsse und ein gigabit ethernet port habt die verpackung ist schon ähnlich wie bei dem vorprodukt jetzt gestaltet dazu müssen wir um das ganze einmal öffnen zu können hier die klebestreifen an der seite einschneiden damit wir die umverpackung herunter ziehen können und das wollen wir jetzt auch einmal und schauen uns an was ich so eine verpackung befindet wir haben hier das gerät selber und ein kurzanleitung wo das ganze noch mal näher beschrieben ist wie gesagt bei dem ganzen handelt es sich um ein usbc auf drei usb drei anschlüsse und einem gigabit ethernet port wir haben zwar hier ein dc 5 volt power anschluss aber es wird jetzt kein netzteil mit geliefert insofern kann ich an dieser stelle auch nicht sagen ob wenn ich jetzt hier in 5 volt netzteil anschließe das notebook geladen wird das erschließt sich mir auch aus der anleitung jetzt nicht insofern kann ich dazu jetzt erstmal keine auskunft geben das soll es jetzt hier an dieser stelle auch gewesen sein wie immer wenn euch dieses video gefallen hat einmal daumen hoch fragen unten in die kommentare wir sehen uns im nächsten video so Untertitelung des ZDF für funk, 2017